Das Museum Uranbergbau in Bad Schlema ist vom 24. Dezember bis zum 2. Januar geschlossen. Die derzeitige Sonderausstellung dort steht unter dem Motto Unterwegs mit Bus und Bahn. Gezeigt werden Modelle aus der umfangreichen Sammlung des Bad Schlemaers Klaus-Leixenring. Die Sonderausstellung ist nach der Weihnachtsruhe des Museums bis zum 26. Februar 2023 zu besichtigen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017